Ich liebe Allah und Islam, und Koran und Jannah. Ich liebe Jachafil al-Iman, und ich liebe Allah und Islam. Und ich bezeuge, dass Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sein Diener und Gesandter ist. Alhamdulillah, liebe Geschwister, wir haben noch zwei Unterrichte, dann sind wir mit dem gesamten Kapitel, das Gebet, fertig. Heute, insha'Allah ta'ala, reden wir über die Regeln des Reisenden. Alles, was mit den Regeln des Reisenden zu tun hat. Und nochmal, jeder sollte verstehen, dass diese wunderbare Religion des Islam nicht gekommen ist, damit jeder das in dieser Religion verrichtet, wonach ihm ist, was er gerne möchte, sondern wir haben klare Regeln, die bis ins Detail genau uns erklärt wurden, wie wir dem Gesandten, sallallahu alayhi wa sallam, auf beste Art und Weise folgen. Denn nichts anderes war seine Aufgabe, als den Menschen zu zeigen, wie Allah azzawajal angebetet wird. Und der Islam vollzieht sich durch alle Lebensbereiche. Es ist nicht nur beschränkt auf die Moschee oder Sonstiges, sondern der Muslim ist immer ein Muslim. Ganz gleich, wo er ist. Er ist immer ein Muslim, das sollte jeder verstehen. Das ist keine Hobby-Religion, sondern das ist ein Lebenswerk. Denn der Islam ist sozusagen deine Eintrittskarte in das Paradies. Allah azzawajal sagt, inna dina inda Allahi l-Islam. War nicht die Religion, weil Allah azzawajal ist der Islam. Und der Islam fordert von dir, dass du überall ein Muslim bist. Allah azzawajal sagt, Sprich, mein Gebet, mein Opfer, bedeutet alle meine Anbetung. Und mein Leben und mein Tod gehören Allah azzawajal. Und daher solltest du verstehen, lieber Muslim, dass diese Religion, die Religion des Islam, keine Hobby-Religion ist, sondern es ist dein Leben. Du besitzt kein Leben ohne den Islam. Und es ist für dich, das Leben ist erst lebenswert, wenn du ein Muslim bist. Ansonsten wirst du einen Schmach erleben in der Dunya und in der Akhira. Möge Allah azzawajal uns nur als Muslime leben und sterben lassen. Allahumma amin. Die Regeln des Reisenden. Zunächst einmal, liebe Geschwister, was ist das Urteil über das Kürzen des Gebetes von einem Reisenden? Natürlich wissen wir, wir haben eine bestimmte Anzahl von Gebeten, die uns vorgeschrieben wurden. Geben wir die einmal durch. Vielleicht die neueren, damit ich sehen kann, dass sie schon ein paar Fortschritte gemacht haben. Inshallah ta'ala. Wie viel Raka hat das Fajr-Gebet, das Morgens-Gebet? Wer weiß das? Heute gibt es keine Geschenke. Heute müsst ihr einfach nur so antworten. Nein. Bitteschön. Abdullrahim. Zwei Raka'at. Sehr gut. Wie viel Raka'at hat das Wohr-Gebet, das Mittags-Gebet? Die, die jetzt lachen, weil es so leicht ist, ihr kriegt gleich noch andere Fragen. Nein, nein, nein. Ihr kriegt noch bessere Fragen. Alhamdulillah. Da werden die Köpfe rauchen. Nein, vier. Sehr gut. Wie viele Raka'at hat das Nachmittags-Gebet, das Asr-Gebet? Vier. Ebenfalls vier. Sehr gut. Wie viele Raka'at hat das Maghrib-Gebet, das Abendmacht-Gebet? Abendmacht-Gebet? Drei. Drei. Masha'Allah. Kann ja schon nach Hause gehen, weil ihr wissen, was ihr besitzt. Und das Isha-Gebet, letztendlich, wie viel Raka'at hat das? Wie viel Raka'at hat das Isha-Gebet, das Nacht-Gebet? Vielleicht weiß es Abu Bunyami. Die Fragen wie Abu Bunyami. Wie viel? Vier. Sehr gut. Masha'Allah. Selbst ein Nischmuslimus. Alhamdulillah. Okay. Das sind die allgemeinen Bestimmungen für diese Gebete, liebe Geschwister. Aber auf Reise ist es erlaubt, die Gebete zu kürzen. Jedes Gebet, auf der Reise wird zwei Raka'at gebetet, außer welches Gebet? Na? Das Fesher-Gebet. Was verdient eigentlich? Nein, ich müsste die ganzen Weddinger auf dich losschicken. Das Wuppel-Gebet, das Asr-Gebet und das Isha-Gebet werden auf zwei gekürzt. Na? Das Maghreb-Gebet bleibt mit drei Raka'at gebetet und auch auf Reise. Deswegen, wenn ein Bruder kommt und er möchte eine Schwester heiraten und er tut so oft gläubig, dann kannst du ihn testen mit ein paar Fragen. Zum Beispiel, wie viel Raka'at das Maghreb-Gebet? Wenn er dir sagt vier, dann weißt du, er hat dich nur angeflungert. Das kam alles schon vor, Alhamdulillah. Das sind einige leichte Fragen, die man jemandem stellen kann, um zu sehen, ob er wirklich so gläubig ist, wie er tut. Denn manche tun sehr, sehr gläubig, wenn sie heiraten möchten. Sogar der Bart wächst für ein paar Tage, bis er den Stock rausholt, wenn er die Frau sich hat. Möge Allah uns bewahren. Na? Das Fesher-Gebet hat zwei Raka'at. Das Zuhr-Gebet hat vier Raka'at. Das Asr-Gebet, Nachmittags-Gebet hat vier Raka'at. Das Maghreb-Gebet hat drei Raka'at. Und das Isha-Gebet hat vier Raka'at. Auf der Reise hat alles zwei Raka'at, außer das Maghreb-Gebet. Okay? Auf der Reise hat alles zwei Raka'at, außer dem Maghreb-Gebet. Das ist natürlich eine großartige Erleichterung von Allah Azza wa Jal. Die Gelehrten, sie haben darüber geredet, ob es Pflicht ist, zu kürzen auf Reise oder ob dieses eine Sünde ist. Und natürlich, wenn wir über Erleichterung reden, so ist es uns gestattet, diese Erleichterung in Anspruch zu nehmen, wenn es dafür was gibt, einen Beweis. So heißt es in einer Überlieferung von Ibn Omar, und sie ist verzeichnet bei Bukhari und Muslim, liebe Geschwister. Ich habe den Gesandten, sallallahu alaihi wa sallam, auf der Reise begleitet. Und er hat nie mehr als zwei Raka'at gebetet auf der Reise, bis Allah seine Seele genommen hat. Und ich habe auch Abu Bakr begleitet, sagt Ibn Omar, und niemals hat er die Anzahl erhöht, außer zwei Raka'at auf Reise. Natürlich, wenn wir diese Überlieferung lesen, dann meinen wir mit Ausnahme von dem Maghreb-Gebet. Und er sagt weiter Und ich habe auch Omar, das bedeutet sein Vater, die gesamte Zeit über begleitet, und er hat nie mehr als zwei Raka'at gebetet. Und ich habe auch Uthman begleitet, bis er gestorben ist, hat er nie mehr als zwei Raka'at gebetet. Natürlich, wir wissen, was der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, gemacht hat. Das haben die Sahaba ihm nachgemacht, wie wir hier sehen, aus dieser Überlieferung. Deswegen, das Kürzen des Gebetes für den Reisenden ist eine Sunna mu'akkada, liebe Geschwister. Der Gelehrte, von wem wir hier das Buch durchnehmen, Sheikh Abdul Azim al-Badawi, er sagt, es ist wajib. Und das war auch eine Ansicht der Gelehrten, dass dieses eine Pflicht ist, weil es gibt keine einzige Überlieferung, die bestätigt, dass der Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, mehr als zwei Raka'at auf der Reise gebetet hat. Das heißt, dass er die vollständige Raka'at, die normalerweise üblich ist, gebetet hat. Okay? Es gibt keinen Beweis diesbezüglich. So sagt Sheikhul Islam, rahmatullahi alaihi wa yukrahu itmamu salah fissafah. Es ist unbeliebt, auf der Reise die vollständige Anzahl der Raka'at zu beten. Das bedeutet, wir beten nur die Verkürzte. Qala Ahmad, so sagt Sheikhul Islam, rahmatullahi alaihi, Qala Ahmad, Imam Ahmad, rahmatullahi alaihi, sagt, la tu'jibuni. Als er gefragt wurde, soll man die vollständige Anzahl der Raka'at beten, so sagte er, dies gefällt mir nicht. Dieses gefällt mir nicht. Und er sagt weiter, Sheikhul Islam, rahmatullahi alaihi, Und es ist nicht bekannt unter den Sahabah, radiyallahu anhum wa ardahum, dass sie das Gebet vollständig auf Reise gebetet haben in der Zeit des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und die Überlieferung von Aisha, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam auf Reise manchmal die vollständige Anzahl der Raka'at gebetet hat und manchmal die verkürzte. Diese ist nicht authentisch. Diese Überlieferung ist zurückzuweisen, liebe Geschwister. Also was bleibt? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wenn wir über seine Person sprechen, er hat immer auf der Reise was gekürzt. Aber Sheikhul Islam, rahmatullahi alaihi, sagt, es gibt keine authentischen Beweise, dass die Sahaba auch gekürzt haben. Doch, es gibt sie. Ibn Qudama, rahmatullahi alaihi, sagt in Al-Murni, das Urteil, das Urteil ist, dass man kürzen soll, denn es ist eine beständige Sunna. Eine Sunna mu'akkada. Warum hat er nicht gesagt, das ist eine Pflicht, obwohl wir vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nichts anderes gehört haben? Na? Richtig, weil die Sache ist so, es ist richtig, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat niemals gekürzt. Aber Imam al-Shafi'i, er sagte in Al-Um, in seinem Buch Al-Um, wenn es wirklich Pflicht wäre für den Musafir, das bedeutet das Urteil, dann hätte Uthman nicht vollständig gebetet und Aisha nicht vollständig gebetet und Ibn Mas'ud nicht vollständig gebetet auf Reise. Das heißt, es gibt Überlieferungen, die bestätigen, dass sie auch vollständig gebetet haben. Was den Propheten an Muhammad sallallahu alaihi wa sallam anbelangt, so ist es richtig, es gibt keine authentische Überlieferung. Aber einige der Sahaba, sie haben manchmal das Gebet vollständig auf Reise gebetet, deswegen sagte hier Imam al-Shafi'i, dies ist nicht Pflicht, sondern eine Sunnah mu'akkadah. Na, wie auch immer, wie auch immer, es ist für den Muslim geboten, dass er auf Reise immer kürzt. Okay, hier habt ihr eine großartige Erleichterung. Einer fährt nach Westdeutschland, nach Duisburg, nach München, in die Schweiz oder sonst auch immer, dieser kürzt seine Gebete auf zwei Raqqa. Ja, außerdem mache dem Gebet, was wir gesagt haben. Und, liebe Geschwister, das Kürzen ist nur für den Reisenden erlaubt. Du darfst dir kein Gebet kürzen, auch nicht, wenn du denkst, dass du aufgrund einer Krankheit eine Erleichterung hast. Diese Erleichterung ist, indem du deine Gebete zusammenfassen kannst, aber nicht, aber nicht kürzen darfst. Das ist ein Riesenunterschied, liebe Geschwister. Du darfst nur als Reisender die Gebete kürzen. Nicht verwechseln mit Zusammenziehen, ja. Das eine Zusammenziehen ist eine Sache und das Kürzen ist eine andere Sache. Okay? Zusammenziehen ist eine Sache und das Kürzen ist eine Sache. Ab welcher Reichweite darf man kürzen? Die meisten Gelehrten haben eine Reichweite definiert und zwar circa 80 Kilometer. Denn das ist die Strecke von einem ganzen Tag, wenn man sie läuft. Wenn eine Person einen ganzen Tag läuft, dann ist das ungefähr die Strecke von 80 Kilometern. Denn darüber gibt es eine authentische Überlieferung, liebe Geschwister. Deswegen sagten die meisten Gelehrten, ab einer Reichweite von 80 Kilometer kürzt man. Und einige Gelehrte sagten, dieses sei nach dem Brauch der Menschen, was eine Reise ist. Das heißt, die Menschen, sie wissen am besten, was eine Reise für sie ist. Ja, das ist richtig. Aber manche nicht wirklich. Ich habe gehört von einem Fall. Ein Bruder meinte, einmal kam einer, der wollte seine Schwester heiraten und der kam aus Kreuzberg mit seinem Vater. Und dann kam die in die Wohnung herein und das Gebet war ihm gegangen. Auf einmal hat der Vater zwei Rakat gebetet. Dann fragte der Sohn, warum nur zwei Rakat? Er sagte, ich bin auf Reise, weil er aus Kreuzberg kam nach Wettig. Ist das eine Reise? Das hat mit einer Reise nichts zu tun. Was meinen die Gelehrten damit? Die Menschen wissen am besten, was der Brauch bei ihnen ist. Wenn du deine Gefilde verlassen hast, deine Stadtgefilde, den Ort, der bekannt für dich ist, und du kommst an einem Ort, den du gar nicht kennst. Weil die Sahaba, radiallahu anhum, haben auch einmal ungefähr 40 Kilometer beschritten und danach haben sie gekürzt. Das sind nicht 80 Kilometer gewesen, sondern 40 Kilometer. Warum haben sie das nach 40 Kilometern gemacht? Weil das für sie eine Reise war. Das heißt, die meisten Gelehrten sagen, 80 Kilometer und das ist das Sichel. Aber es gibt eine starke Ansicht, dass man das nach dem Brauch sozusagen vollziehen kann. Was für dich nicht sozusagen zu deiner Stadtgefilde gehört, das ist für dich schon eine Reise und sei sie auch manchmal unter 80 Kilometer. Naam, sei sie auch manchmal unter 80 Kilometer. Natürlich, diese Angelegenheit im Islam ist sehr, sehr kompliziert. Eben Al-Mundur spricht von 20 Aussagen der Gelehrten diesbezüglich. Deswegen aber die meisten Gelehrten sagen ab einer Strecke von 80 Kilometer und das ist sicher, liebe Geschwister. Aber wenn du kürzt, okay? Wenn du kürzt, du möchtest zum Beispiel am Freitag verreisen. Das ist deine Absicht. Wo kürzt du? Zu Hause schon? Zum Beispiel, du willst zum Wohrgebet los. Kürzt du schon das Wohrgebet zu Hause, weil du wirst gleich auf Reise gehen mit zwei Rakat? Darfst du das hier schon kürzen? Antwort, nein. Man darf das Gebet nicht verkürzen, selbst wenn man an diesem Tag wirklich eine Reise antritt. Aber solange man nicht außerhalb des Gebietes ist, liebe Geschwister, bedeutet, du bist noch in deinem Haus, da darfst du nicht kürzen. Ibn al-Mundir, der sagte, es ist ihm nicht bekannt, dass der Prophet Muhammad s.a.w. gekürzt hat, bevor er außerhalb seines Gebietes war. Bedeutet, du kürzt erst, wenn du? Außerhalb. Außerhalb, was heißt außerhalb? Was wir gesagt haben. Ab welcher Strecke darfst du kürzen? Ab welcher Strecke darfst du kürzen? Ab circa 80 Kilometer. Ab circa 80 Kilometer. Und wenn du an diesem Tag verreist, dann kürzt du nicht das Gebet schon wo? Zuhause, sondern erst außerhalb des Gebetes, des Gebetes, Wallahu ta'ala, a'ala, wa'ala. Der Prophet Muhammad s.a.w., er hat seine Gebete auf der Reise nicht nur gekürzt, liebe Geschwister, sondern auch zusammengezogen. Das bedeutet, es gibt bestimmte Gebete in unserer Religion, die darfst du zusammenziehen, andere wieder nicht. Man darf das Duhur mit dem Asr-Gebet zusammenziehen. Das Duhur mittags, mit dem Nachmittagsgebet, dem Asr-Gebet zusammenziehen. Und du darfst auch das Maghrib mit dem Isha-Gebet zusammenziehen. Keine anderen Gebete. Nicht, dass du das Fajr-Gebet mit dem Duhur-Gebet zusammenziehst, sondern nur das Duhur mit dem Asr und das Maghrib mit dem Isha. Dieses ist ebenfalls auf Reise. Liebe Geschwister, was die Schia machen, dass sie alles an einem Tag beten, alle ihre Gebete sind ungültig. Alle ihre Gebete sind was? Ungültig. Weil Allah azzawajal sagt, Das Gebet ist für die Gläubigen zu festgesetzten Zeiten festgeschrieben. Das bedeutet, jedes Gebet hat seine Zeit. Betest du es außerhalb der Zeit, ohne islamischen Grund, dass du verschlafen hast oder das vergessen hast. Betest du es außerhalb der Zeit, so ist das Gebet für dich weg. Du kannst es nicht mehr nachholen. Deswegen, das was ihr bei manchen Leuten seht, das ist Dalal und am Tage der Auferstehung werden sie zu den Nichtbetenden gehören. Möge Allah uns bewahren, dass wir zu so einer irregegangenen Sekte gehören. Tay, wo ist der Beweis, dass der Prophet Muhammad s.a.w. nur Duhur und Asr zusammen gebetet hat und nur Maghrib und Isha zusammen gebetet hat? Muadze ibn Jabal, radiallahu anhu wa arda, Er berichtete, dass der Prophet Muhammad s.a.w. in der Schlacht von Tabuk einmal die beiden Gebete zusammengezogen hat. Er hat das Dhol-Gebet und das Asr-Gebet zusammengezogen, liebe Geschwister. Und er hat auch der Prophet Muhammad s.a.w. das Maghrib und das Isha-Gebet zusammengezogen. Und beides hat er in der Zeit vom ersten Gebet gemacht oder vom zweiten Gebet gemacht. Was heißt das? Wenn wir sagen, das Zusammenschieben vom Duhur und Asr-Gebet, dann kannst du das in der Zeit vom Duhur machen, beten beide Gebete, oder in der Zeit von Asr. Beides ist dir überlassen, dass es beides authentisch überliefert vom Propheten Muhammad s.a.w. Ich erkläre nochmal. Wenn du das Wur und Asr-Gebet zusammenziehst, okay, das machst du nur aufgrund eines Umstandes, nicht zum Spaß, wie manche Leute das machen. Die beten Mahrib und Isha und dann gehen sie Fernsehgucken. Und die hätten es locker geschafft, das Isha-Gebet zur normalen Zeit zu beten. Aber was wollten sie? Sie wollten halt ihre Lieblingsserie pausenfrei durchgucken. Also haben sie diese beiden Gebete zusammengezogen und haben einfach die Zeit verstreichen lassen. Nein. Was meinen wir? Wir meinen, du kannst manchmal, wenn du Umstände hast, beide Gebete zusammenziehen. Duhur mit Asr und Mahrib mit Isha. Und du kannst das Duhur- und Asr-Gebet zur Zeit von Duhur beten oder zur Zeit vom Asr-Gebeten beten. Beides ist erlaubt für dich, denn das ist überliefert worden, liebe Geschwister. Nein. Wie lange ist es erlaubt, zusammenzuschieben? Ibn Abbas, radiallahu an, sagte, Safara Rasulullah, sallallahu alaihi wasallama, Safaran fasalla tis'ata ashra, yauman raka'atein raka'atein. Der Gesandte, sallallahu alaihi wasallama, hat eine Reise angetreten und er betete jedes Mal nur zwei Raka'at innerhalb der 19 Tage, die er verreist gewesen ist. Ibn Abbas hat im Anhang zu dieser Überlieferung gesagt, und diese Überlieferung ist bei Ibn Maja, قال Ibn Abbas, فنحnu نصلي فيما بيننا وَبَيْنَا تِسْعَةَ وَبَيْنَا تِسْعَعَشَرَةَ Raka'atein raka'atein, فَإِذَا أَكْمْنَا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ Ibn Abbas sagte, rahmatul radiyallahu anhu ardah, wir beteten 19 Tage, das bedeutet auf Reise, immer nur zwei Raka'atein, das heißt, wir haben gekürzt. Außer, wenn wir länger als diese Zeit verreist waren, haben wir das Gebet ganz normal mit drei Raka'at gebetet. Das ist eine Überlieferung von Ibn Abbas. Eine andere Überlieferung beweist das mit 21 Tagen was ist also hier die Lösung Sheikhul Islam Rahmatullah a.s. er sagt solange der Reisende ein Reisender ist solange der Reisender ein Reisender ist selbst wenn er Monate an seinem Reiseort verbringt so kann er so gilt er als Reisender ganz gleich wie lange er verbleibt so gilt er als Reisender ganz gleich wie lange er verbleibt dieses sagte Sheikhul Islam bedeutet für uns liebe Geschwister eine Person er will verreisen drei Wochen, vier Wochen er will verreisen ok er kann in dieser gesamten Zeit wo er verreist ist die Gebete was kann er damit machen kürzen und zusammenziehen er kann sie die gesamte Zeit kürzen und zusammenziehen eine Klammer auf beim zusammenziehen wenn er die Gebete zur richtigen Zeit beten kann ist es besser für ihn wenn nicht dann nicht Klammer zu Maffung bezüglich des Kürzen nochmal solange er auf Reise ist Tayyib gibt es Beweise dafür? ja Ibn Omar er war einmal in Azerbaycan das ist ihr wisst wo Azerbaycan liegt Grenze Türke da verblieb er eine Zeit lang Ibn Omar Monate es wird berichtet in der Überlieferung ich denke sie war bei Ibn Abisheiba sechs Monate verblieb er dort und in dieser ganzen Zeit hat er gekürzt und dieses ist auch von anderen Sahaba überliefert worden daher wenn man auch längere Zeit auf Reise ist solange du da bist gilt dieses als Reise und du kannst diese Erleichterung in Anspruch nehmen ihr werdet lesen dass die Gelehrten sagen maximal vier Tage weil sie brachten eine Überlieferung aber wir haben andere Überlieferungen die uns bewiesen haben dass es weit mehr als vier Tage gewesen sind zum Beispiel 19 Tage zum Beispiel 21 Tage und dass sogar die Sahaba r.a. länger gekürzt haben als diese Anzahl der Tage es gibt hier keine Begrenzung dies bezüglich nochmal ihr werdet vom Gelehrten lesen manchen Gelehrten die das auf vier Tage begrenzt haben liebe Geschwister es gibt noch zwei Sachen wollen wir erstmal Zeit für Fragen lassen oder wollen wir das fertig machen erstmal na ich sehe du hast eine ganz dringende Frage wenn du in Mekka bist oder auch außerhalb egal wenn du als Reisender irgendwo bist dann kürzt du dein Gebet außer jetzt kommen wir im nächsten Punkt zu der Einschränkung zu dem was du gesagt hast wir lassen das na ich verreise in irgendeinem Land drei Wochen und ich lebe jetzt dort drei Wochen ich befinde mich dann hat auch dort diese drei Wochen na kürzlich da trotzdem du kürzt dein Gebet na du kürzt dein Gebet bezüglich solange du auf Reise bist kürzt bezüglich des Umstandes wenn man aber ein Haus hat irgendwo und ganz normal lebt und man hat seine eigene Privatsphäre niemand macht dir irgendwelche Umstände in kein Star wie auch Hotelzubau oder sonstiges wie ist die Sache hier das werden wir das nächste Mal erklären in Scharlataner weil das einige Details braucht na meine Frage war was ist eigentlich wenn ich das Spiel nachts auf Reise bin aber nachts habe ich jetzt gerne modell machen wie ist das da Kiyamu Lenn hat damit nichts zu tun wir reden nur über die Pflicht gebetet aber darf man natürlich bist du Kiyamu Lenn auch auf Reise kein Problem in Scharlataner na wie ist das jetzt zum Beispiel ich komme von der Reise wieder nach Hause und ich habe Doro nicht gebetet und ich konnte noch in der Durmzeit aber dies knapp vor dem Asr warte ich dann drauf dass Asr eintritt dass ich beide Gebet kann du wartest dann auf Asr und dann betest du Doro und Asr zusammen aber ich bin schon wieder zurück zu Hause aber du hast ja noch auf Reise dieses beabsichtigt auch wenn man ein Jahr in der Reise ist davon auch wenn du ein Jahr auf Reise bist auch dann kannst du kürzen die Gelehrten sagen solange man ein Reisender ist darf man kürzen dazu kommen wir jetzt ok das heißt der nächste Punkt wie viel Raka'a betet man als Reisender hinter einem Imam der aber dort lebt wo man sich gerade befindet in Sahih Muslim wird überliefert liebe Geschwister von Musa ibn Salam er sagte ich fragte ibn Abbas radiyallahu an wie soll ich beten wenn ich in Mekka bin und und ich bete nicht hinter einem Imam dann sagt ibn Abbas so betest du zwei Raka'a und das ist der Weg von Abu al-Qasim bedeutet vom Propheten Mohammed diese Überlieferung ist bei Imam Muslim die beweist uns erstmal wenn du auf Reise bist dann verkürzt du dann betest du zwei Raka'a ok das gilt aber nicht hinter dem Imam sondern er hat gefragt wenn er alleine betet aber eine andere Überlieferung ebenfalls in Sahih Muslim von Nafir radiyallahu an er sagte wenn Ibn Omar hinter dem Imam gebetet hat und er war auf Reise dann betete er vier Raka'a das bedeutet wieder Imam und wenn er alleine war dann betete er zwei Raka'a ok das ist die Einschränkung du betest verkürzt innerhalb deiner Reise aber wenn du hinter einem Imam betest der dort ansässig ist dann musst du hinter ihm das Gebet vollständig beten dann musst du hinter ihm das Gebet vollständig beten dann kürzt du nicht weil du hier hinter dem Imam betest liebe Geschwister dann kürzt du nicht weil du hinter dem Imam betest jetzt nachdem ihr ein paar Grundlagen verstanden habt wenn man als Reisender als Imam für die Gemeinschaft vorbetet ich bin jetzt zum Beispiel irgendwo Imam aber Reisender man hat mich vorbeten lassen wie viel Raka'a bete ich wie viel Raka'a bete ich das eine beständige Sunna ist wo manche Gelehrte sogar sagen Pflicht und man sollte sie auf keinen Fall vernachlässigen zwei Raka'a betest du als Musafir als Reisender wenn du ein Imam darstellst wenn du als Imam vorbetest die hinter dir beten aber trotzdem vollständig vier außer jemand ist auf Reise mit dir dann hat er auch die Erleichterung dass er zwei Raka'a betet ich habe immer Angst bei solchen Themen dass die Köpfe rauchen aber eigentlich ist das leicht na und viele wer hat noch keine Reise gemacht wo er diese Regeln anwenden musste noch nie aus Berlin rausgekommen aber ich wusste das nicht achso ok entschuldige ich muss Berlin ja ja ich weiß Alhamdulillah Alhamdulillah ein Bruder hat mir erzählt als wir in Medina waren es gibt eine Person in Al-Madina der lebt dort er macht keinen Urlaub er geht nicht raus aus Al-Madina aus dieser Stadt weil der Prophet Mohammed S.A.W. sagte wer kann soll dort in Al-Madina leben denn in Al-Madina stirbt kein Heuchler deswegen bleibt er die gesamte Zeit dort und geht nicht raus aus Al-Madina in der Hoffnung dass er dort stirbt aber es gilt nicht für Berlin ja weil der Döner hier so lecker schmeckt gehe ich nie hier raus na das gilt wirklich wegen Al-Madina na na ihr könnt jetzt Fragen stellen inshallah ta'ala zu diesen Themen Tfadalabha und was ist wenn ich auf Reise bin und Jum'ah beten will ich komme dann an in der Moschee wenn ich auf Reise bin und das Jum'ah gebet beten möchte hier betest du zwei Rakat aber ich meine die Sonne und alles was ich möchte ich habe Spaß gemacht weil das Jum'ah gebet sowieso nur zwei Rakat die Sonne es gibt sowieso keine Sonne vor dem Jum'ah gebet weder wenn du hier bist noch wenn du auf Reise bist es gibt kein Jum'ah es gibt kein es gibt kein Sonne Gebet vor dem Jum'ah Gebet vor dem Freitagsgebet es gibt keine authentischen Überlieferung dafür okay na wie ist es wenn ich jetzt auf Reise bin oder verreisen möchte aber ich bin auch schon mal Zeit ich bin die Jum'ah hinter dem Imam und kann ich danach das Assel gebe dann auch gleich zusammenziehen kann ich das Jum'ah gebet mit dem Assel Gebet zusammenziehen weil ich dann auf Reise gehen nein das ist Verbot aber wenn du auf Reise bist ohne dass du Jum'ah besucht hast wo und Assel kannst du zusammenziehen aber du hast mich gefragt wegen Jum'ah das ist Verbot wenn ich ein Reisender bin kann ich die Gebete zusammenschieben auch wenn ich keine Erleichterung auch wenn ich keine Erschwernis habe du kannst zusammenziehen weil der Prophet das gemacht hat aber wenn du abwarten kannst zum Beispiel du könntest locker das Assel Gebet schaffen auf der Reise mit der Gemeinschaft okay dann betest du das mit der Gemeinschaft und noch eine Sache liebe Geschwister die ist mir entfallen auf Reise selbst wenn du auf Reise bist zum Beispiel du bist in einem islamischen Land oder woanders und du hörst den Adhan dann ist das nicht für dich freigestellt das Jum'ah gebet du bist verpflichtet du bist verpflichtet das Jum'ah gebet auch auf Reise ich meine nicht den Reiseweg ich meine wenn du dort lebst irgendwo du bist bei deiner Mutter irgendwo oder sonstiges du hörst den Adhan dann gehst du zum Moschee und betest das Gebet weil der Prophet sagt der Hadith bei ihm ein Muslim wenn ihr den Adhan hört wenn einer von euch den Adhan hört dann soll er diesem Adhan folgen wenn er keinen Grund hat diesem fern zu bleiben wenn er dem Gebet fern bleibt so gibt es kein Gebet für ihn gibt es kein Gebet für ihn bedeutet nicht vollständig an Belohnung aber hier ist dieser Aufruf allgemein er wurde nicht nur beschränkt auf die Stadt wo du lebst sondern er ist allgemein wenn du irgendwo den Adhan hörst sei es auch in deinem Reiseland dann gehst du und betest mit der Jum'ah sowieso ich verstehe nicht wie man zu Hause alleine beten kann Allah il Adhi das Gebet hat keinen Geschmack es wird berichtet von Waqa er sagte ich habe 70 Jahre hinter dem Imam gebetet in der Moschee ohne dass ich den ersten Takbir verpasst habe außer zwei Gebete denkt ihr er hatte Umstände wenn er die nicht gebetet hat natürlich außer zwei Gebete und er sagte ich fühlte als hätte ich nicht gebetet weil das Gebet in der Jum'ah Geschmack hat ich habe mal die Atmosphäre und du siehst deinen Bruder oder deine Brüder du siehst deine Schwestern also nicht du als Bruder siehst deine Schwestern das sollte nicht so der Fall sein aber du siehst deine Brüder die Schwestern sehen sich auch untereinander das Gebet hat Geschmack na und man merkt es ist viel leichter als wenn du zu Hause betest richtig das Gebet zu Hause ist schwer ne subhanallah al-adhim es ist tatsächlich schwerer als in der Moschee weil Schaitan mehr Einfluss auf dich hat wenn du alleine bist oder in der Jum'ah wenn du alleine bist deswegen sagte der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wa sallam innama ya'kulu dhibu al-qasiyah der Wolf frisst das Schaf was aus der Herde sich entfernt der Schaf äh das Schaf frisst den Wolf nein der Wolf frisst das Schaf was sich von der Herde entfernt bedeutet mit anderen Worten übersetzt der Schaitan nimmt sich den vor der die Jum'ah fällt so ist sie deswegen betet auch auf Reise in der Moschee wallahu te'ala ala amt wenn du hinter einem Imam betest der ebenfalls ein Reisender ist der Imam sagt das in der Regel an weil er selber kürzt und wenn er kürzt dann kürzt du mit ihm weil du ebenfalls ein Reisender bist ob er bei dem dritten mit Raka einsteigen kann bei der Jum'ah um drei und vier als zwei sehr klar du kannst mit einsteigen bei einem schon laufenden Gemeinschaftsgebet natürlich du kannst schon mitmachen aber wirst du du musst deine Gebete vollständig beten du musst das Gebet vollständig beten richtig aber du hast doch hinter einem Imam gebetet der ich warte mit zwei Raka hab ich hab ich hab ich hab ich das ist nicht die Sonne wenn du auf wenn du in eine Moschee hereinkommst und du siehst das Gemeinschaftsgebet ist im Gange was ist deine Aufgabe als in der Sonne dass du dich dem Imam anschließt sofort okay das war die Frage nicht wahr ja wir eigentlich damals schon um das beantworten was mir die Gedanken waren dass du warst da die 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 andere Moschee da würde ich noch alle Moschee, ich sehe, das Gebet ist im Gange, dann weiß ich aber, in der anderen Moschee haben sie noch nicht gebetet, dann gehst du in die andere Moschee. Das ist ja viel Auswahl, Mashallah. Gibt es auch irgendwo drei Moscheen nebeneinander? Gibt es nicht. Gibt es fünf, ja? Hier gibt es vier. Ja, hier gibt es vier. Na. Hier gibt es auch fünf. Fünf? Fünf? Ich halte die beiden. Mebkes, Rahman, wie dann? Ja, Allah. Na, fass. Assalamu alaikum, Tohar. Schönen Gruß von den Brüdern. Lahm nach dir, Frau. In Stuttgart? Ja, in Stuttgart und woanders. Ich weiß bald wieder nicht wie. In Challah. Wir machen uns noch Verständnis, weil ich war ja auch in Ägypten und da gibt es ja auch sehr viele Moscheeen in Rheinland. Also nicht direkt in Rheinland, der Salaam und Brahma, sondern so 50, 50 Meter. Und es gab Moscheeen, die waren bekannt dafür, dass sie etwas später, also fünf bis zehn Minuten, und manchmal ist man halt ein bisschen später und die eine war halt in Rheinland und die andere war auch nicht in Rheinland. Na. 50 Meter weiter. Kann ich mir irgendeine Moschee ausgucken und spät gehen? Die Sache ist so, wenn jetzt mehrere Moscheeen in der Nähe sind und manche beten etwas später als andere, wie ist das, wenn ich mich auch selber verspätet habe, wo kann ich beten? Erstmal sollte es eine Regel sein, wir beten in den Moscheen, wo was die größte Grundlage ist? Die am nächsten zu Sonnest. Die am nächsten zu Sonnest. Okay? Das ist unser Maßstab. Aber wenn du jetzt eine Moschee nicht kennst, zum Beispiel, du weißt nicht, ob sie Sonnest machen oder nicht, und du weißt nur, aber die beten etwas später, dass du mal dort betest, ist kein Problem, inshallah ta'ala. Nahm, aber allgemein füllen wir die Moscheen von Ahl-Sunnah-Wal-Jamaah. Nahm. Warum? Weil die irregehenden Gruppierungen, wenn viele in ihrer Moschee sind, was denken sie dann? Die sind auf der, auf der richtigen, auf dem richtigen Weg. Okay, jetzt zum Beispiel, wenn ihr bei Ahbarsch geht, möge Allah uns davor bewahren, und keiner soll hingehen, das war nur eine rhetorische, das war jetzt nur eine einleitende Frage. Wenn ihr dorthin geht, das ist voll dort. Warum ist das voll dort? Weil es gibt ein Brunnen dort, und ein Einkaufszentrum, und belüftete Toiletten, und so weiter, und so fort. Nah, das ist den Leuten wichtiger, als die Sunnah des Propheten, Muhammad S.A.W. Die Sunnah wird dort geschlachtet, im Übrigen. Möge Allah, S.A.W. uns bewahren. Jetzt, wenn viele Leute, und ich höre von Brüdern, die gehen dort beten. Ich sage, ja Achhi, hast du irgendwas gelernt, in unseren Unterrichten, seit Jahren? Dass es schon Leute gibt, die gar nichts mit der Sunnah zu tun haben? Und ich sage es, Ahbarsch, haben nichts mit der Sunnah zu tun. Wenn du von jeder Gruppierung, das Schlimmste nimmst, und das als Cocktail machst, dann hast du die Ahbarsch. Das ist der schlimmste Sektencocktail. Möge Allah uns bewahren. Deswegen, wir gehen nicht dort beten, weil die denken dann, die sind auf der Wahrheit, weil sie viele sind. Ja Achhi, Belüftung ist dir wichtiger als Sunnah? Sag, ja, es kitzelt mir so in den Rücken, wenn ich dort an einem heißen Tag bin. Und deswegen, hörst du dir Fitna an, aus den Mündern, dieser irregehenden Gruppierung, die Allah entstellen. Subhanah. Deswegen, liebe Geschwister, wer etwas verstanden hat, der wird nur die Sunnah lieben. Und geh in den Moscheen beten, die nach Sunnah gehen. Es gibt viele Moscheen, richtig, aber nicht jeder geht nach Sunnah. Möge Allah uns auf dem Weg der Sunnah bewestigen. Ich fand, da gibt es ja einmal die Brüder, die mehr nach Sunnah gehen und eine Moschee, die weniger. Die meisten Brüder, die gehen komischerweise in diese Moschee, wo weniger Sunnah praktiziert wird. Und wenn ich in diese Moschee, wo Sunnah praktiziert wird, darfst du mal so leer und es gibt keine Jemaah, so weißt du? Dann bin ich auch so automatisch gezwungen, in diese Moschee zu gehen. Na. Ich weiß. Du bleibst dort, in der Moschee, wo die Sunnah mehr praktiziert wird und rufst deine Geschwister dazu auf, dass sie dort beten sollen, wo am meisten Sunnah praktiziert wird. Ja, man geht in die Moschee, dann man im Anstieg und dann siehst du nur zwei, drei Leute und das ist nur alles ältere und so. Und dann. Aber die Sunnah ist das Entscheidende. Alhamdulillah, auch diese zwei, drei Leute, das ist ein Gemeinschaftsgebiet. Ja. Spannendauer, Glück ist heute hier. Habt ihr euch verabredet oder was? Da gibt es manchmal, ich höre es, die Falti herfalschelesen und ich habe einmal... Voila, Voilin. Ich weiß noch mehr Wähler. Und ich habe einmal, mit der Leute erzählen, wenn es falsch war, ich habe einfach mein Näher nicht auf ihn gemacht, sondern einfach rein in meine Falti hergelegen. Aber in der Gemeinschaft zu leben, geht das? Die Sache ist so, der Bruder fragt, wenn ich manchmal in einer Moschee bete, wo der Imam die Fatiha falsch liest. Beim ersten Mal wusstest du es nicht. Wusstest du es nicht. Zweite Mal, wenn er gravierende Fehler macht und man weist ihn darauf hin und er ändert sie nicht, dann darfst du nicht hinter ihm beten. Weil das Gebet ungültig ist allgemein. Das Gebet ist ungültig, denn die Al-Fatiha muss richtig, korrekt rezitiert werden, denn sie ist Ummul Kitab, die Mutter des Buches und die ist verpflichtend, in jeder Rak'a zu rezitieren. Man ist verpflichtet, sie in jeder Rak'a zu rezitieren. Wenn man den Imam darauf hingewiesen hat und er hat das nicht geändert und es sind klare Fehler, wo auch ein Wissender das beurteilen kann, dann ist es nicht erlaubt, hinter ihm zu beten. Und das Gebet ist leise? Also wovon oder Asse? Das ist ja leise, macht er ja natürlich nicht. Da ist auch die selbe Regel? Nein, aber ein Imam ist allgemein dafür da, um vorzubeten für die Gemeinschaft. Nein, deswegen sage ich euch, geht dort beten, wo die meiste Sunna ist, inshallah ta'ala, und wo der Imam etwas Koran lesen gelernt hat. Nein, tfarr. Wenn man jetzt reisen, da ist man ein kürzeres Gebet, betet man auch die Sunna-Gebete? Betet man auf der Reise die Sunna, merkt euch eine Regel, die Sunna ist auf der Reise die Sunna nicht zu beten. Die Sunna ist auf der Reise die Sunna nicht zu beten. Nein. Weil der Prophet, Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam, dieses nicht getan hat. Außer, das was wir schon damals besprochen haben, bei den freiwilligen Gebeten, die vor Fajr, die vor Fajr, die zwei Raka'at, in scha'Allah ta'ala. Barak Allah wafikum, wujahrzaikum la'chheran. SubhanAllah wabihamdik, ashadu an la ilahe elan, astaghfiruka, wa atubu ilan. Amen.